Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Ratgeber. Heute geht es um das Bikesport Live Active 29 Zoll Attack Herren Fahrrad. Wenn du noch nicht genau weißt, ob dieses wertige Mountainbike für dich die richtige Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Ratgeber sehr gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, um dir deine Kaufentscheidung bestenfalls noch zu vereinfachen. Außerdem werde ich dir auch das Amazon Angebot zu diesem praktischen Fahrrad unten in der Videobeschreibung verlinken, damit du überhaupt weißt, wovon ich hier spreche. Es gibt doch nichts schöneres, als bei traumhaften Wetter eine spannende Radtour zu unternehmen, schöne Naturlandschaften zu genießen und auch mal ein paar schwierige Passagen mit dem Fahrrad gut zu überwältigen. In dieser Hinsicht ist das klassische Mountainbike, daher kommt ja auch der Name, in der Tat eine sehr gute Wahl. Bei diesem Modell gefällt mir die Qualität sehr gut. Ich bin der Ansicht, dass du hier ein sehr, sehr hochwertiges Mountainbike zu einem ziemlich fairen Preis bekommen kannst. Das Design ist sehr schick, mir gefällt es auf jeden Fall, aber machen wir uns nichts vor, die Optik ist auf jeden Fall Geschmackssache. Wenn es um die Auswahl des richtigen Mountainbikes geht, da ist in meinen Augen Sicherheit immer sehr, sehr wichtig. Denn wenn du im Straßenverkehr unterwegs bist, gibt es drei Aspekte, die die Sicherheit beeinflussen. Erstens dein Fahrverhalten, zweitens das Fahrverhalten der anderen, drittens aber auch die Qualität deines Fahrrads. Denn ich möchte gar nicht wissen, wie viele Fahrradunfälle wegen defekter Fahrradteile passieren. Deswegen halte ich es für sehr, sehr wichtig, in ein hochwertiges Mountainbike zu investieren. Und ich bin der Ansicht, dass du hier ein qualitativ solides Modell zu einem fairen Preis bekommst. Von meiner Seite aus gibt es demnach auch eine klare Kaufempfehlung. Das Amazon-Angebot zum Mountainbike werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Auf der Angebotsseite von Amazon kannst du dir sämtliche Produkteigenschaften noch einmal in Ruhe und Frieden anschauen. Außerdem wartet dort auch schon die eine oder andere Kundenrezension auf dich. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir viel Spaß bei deinen Radtouren und immer auf die Sicherheit achten. Alles Gute, ciao!